Hier präsentieren wir die 5 besten Milbensaugertests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Klean Max Milbenhahn Staubsauger. Viel mehr sanitäre Einrichtungen für gesunde und auch entspannte Erholung. Geben Sie den Kampf gegen Termiten, Keime und auch Pilzporen ganz ohne Chemikalien an, nur durch Staubsaugen. Der hilfreiche Klean Max Anti Milbenhahn Staubsauger befreit Schmutz sowie Schmutz aus Betten, Bettmatratzen, Kissen und Polstermöbeln und entkernt gleichzeitig die Oberfläche mit UV-C-Licht. Sie können 2 Schritte in nur einer Prozedur ausführen. Nummer 4. Brandsorn Milbenstaubsauger 300W Milbenhahn Staubsauger. Der neue UV-C Staubsauger beugt Allergien vor und reduziert Anzeichen und Symptome. Es wird leicht von Termiten, Mikroorganismen, Infektionen, Pilzen und auch Allergenen aus Kissen, Bettwäsche, Polstermöbeln und auch zahlreichen anderen Stoffen befreit. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hoover MBC 500 UF Ultra Vortex Matratzenreiniger. Der Ultra Vortex kann Allergene, Schmutz und Allergene aus Ihren Betten sowie aus Polstermöbeln wie Sofas, Kissen sowie Kissen eliminieren. Es ist perfekt für allergische Reaktionspatienten. Die Staubbehälterkapazität für den Ultra Vortex beträgt 0,4 Liter. Die Bürstenwalze und das UV-C-Licht können ausgeschaltet und auch elektrisch angetrieben werden. Die Größe des Anschlusskabels beträgt 5 Meter. Nummer 2. Milben Handstaubsauger Matratzensauger Hepafiltration. Mit dem Funktion allen Handheld Hoover können Sie Thermiten, Bakterien, Schmutz sowie Pflanzenpollen dank UV-C-Licht schnell und zuverlässig loswerden. Wichtig für alle Heimschmutz sowie pollenallergische Reaktionopfer. Mit dem UV-Milben Hoover können Sie Kissen, Bettdecken, Kissen und Polstermöbel reinigen und damit alle Oberflächen, in denen sich Thermiten bequem anfühlen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Milben Handstaubsauger Matratzensauger Hepafiltration. Der praktische Kleanmax Anti-Milben Handstaubsauger eliminiert Staub sowie Schmutz von Betten, Bettmatratzen, Kissen sowie Polstermöbeln und dekontaminiert gleichzeitig die Oberfläche mit UV-C-Licht. Rest pflegefrei sowie ohne Milben, Bakterien und auch Bakterien. Der Kleanmax Milbenstaubsauger schockt Schadstoffe, dekontaminiert die Oberfläche und ist daher ideal für diejenigen, die Hausschmutz nicht mögen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.